Hi, ich bin Jana. Ich arbeite im Betriebslabor bei der Emsland Group. Das Betriebslabor hat ganz viele verschiedene Abteilungen und mein Arbeitsplatz ist es in der Rohstoffanalytik. Meine Aufgaben in der Rohstoffanalytik sind die Qualitätskontrolle der Kampagne. Wir haben Kartoffel- und Erbsenkampagne und außerdem werden hier Muster untersucht, die weiter zu den Kunden verkauft werden. Ich habe zwei Kinder, unser Sohn Mike und Tochter Danja. Danja ist nicht nur meine Tochter, auch meine Arbeitskollegin. Die hatte letztes Jahr die Ausbildung zur Chemielaborantin bei uns bei der Emsland Group angefangen. Ich hatte ein 25-jähriges Jubiläum bei der Emsland Group. Mein erster Arbeitstag war tatsächlich auf meinem Geburtstag und das war mein schönstes Geburtstagsgeschenk. Ich bin 1992 aus damaliger Tschechoslowakei nach Emelieheim gekommen und habe in der ersten Mannschaft bei SCU neun Jahre gespielt. Davon viele in der zweiten Bundesliga und eine Saison in der ersten Liga. Nach der aktiven Zeit habe ich noch Betreuer gemacht bei der Mannschaft, wo meine Tochter gespielt hatte. Heute gehe ich auch noch gerne in die Sporthalle und schaue ich mir die Spiele von der ersten Mannschaft oder ich gehe auch gerne bei meiner Tochter zuschauen. Hier gibt es einen neuen Tag, in der ersten Mannschaft. Hoh! 2. 3. 5. 6.